Hi Leute, ich bin der Bruga, das hier ein Horrorspiel und jetzt lese ich euch die Leute vor, die mich monatlich unter anderem finanziell unterstützen. Hi Leute, ich bin der Bruga, das hier ist Subject, ein neues Horrorspiel und wir starten, gibt es auf Steam übrigens und vielen Dank an die Leute, die mich unterstützen, sei es mit Likes oder Kommentaren oder halt auch. Auch mit der Kanalmitgliederunterstützungsoption, sehr nett und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Okay, äh, was, Protokoll? Ist schon wieder so dunkel, Alter. Protokoll Typ 9, Subjekt X2102, äh, ja, Circle, also, äh, 13 und Start. Repair Environment, Umgebung vorbereiten. Section 1 has been activated. Authorized Related Objectives. Operation Complete. Augen beobachten. Begriff, Door Handle. Muss es mal ein bisschen heller machen, es tut mir sehr leid, aber... Steht scheiß. Kann nix noch. Hä? Ah, so ist das schon besser, oder? Ja. Viel besser. Alles abgeschlossen. Ah, ich habe gerade den Türgriff eingebaut. Okay. Was? Fixture for a light switch. Ah, electric box breaker. Also, ich brauche wohl irgendwas, um das hier zu reparieren. Äh, was? A row of books with a gap for one more. Was soll das Telefon? Okay. Oh! Was? Geh los, Alter! Lichtschalter. Yay! Okay, das ist echt unheimlich gerade. Hat er nicht hier vor, oder war das... Ne, hier war das. Ein Buch. Ah! Okay, die Augen. Letzte Ziffer ist zwei. Kann ich mir merken, brauche ich mir die aufschreiben. Ein Radio mit einer kaputten Antenne. Also... So. Kannst du mal bitte das Licht erlassen? Das wird ja im Auge... Hier ist immer so ein Hinweisgeber. Hier ist immer so ein Hinweisgeber. Aha, die Fernbedienung fehlt. Komm mal, das Spiel, das gängelt mich so ein bisschen. Hand-Palm-Scanner. Also Hand-Scanner einfach. Farb-Cutter. Wer in der Taschenlappe zu viel verlangt. Wahrscheinlich. Ah, ich brauche den Schlüssel für den Drawer. Okay, die Fernbedienung fehlt halt. Ach, da ist das Licht schon wieder aus. Was? Eine Uhr ohne Batterie. Boah, ist das creepy hier. Was mache ich jetzt mit dem Cutter? Noch mal nix. Überall Blut hier. Geht auch nix. Och, ich warte, dass mich irgendwas ansprengt aus der Dunkelheit. Kann ich das nicht aufmachen, den Kasten da? Dunken kann ich mich auch nicht. Ich brauche irgendwas denn Cutter jetzt. Also ich brauche für irgendwas denn Cutter jetzt. Für was denn? Was soll ich damit aufschneiden? Ach so. Ah. Ach, da war ja was. Da war er beim Zimmer. Richtig da. Boah, Kinder, ist das eklig, gruselig hier. Also wie gesagt, die Augen, die sagen immer, wo was ist, ne? Warum, warum? Warum, 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 warum? Das Badezimmer, war das eben, das Badezimmer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich brauche ein Tool, bei dem ich die Waschmaschine aufbekomme. Oh mein Gott, dieses Vieh, ey. Toilette geht auch nix. Alter. Oh, ist das scheiße. Hört sich an wie die Toilette. Rocky. Aha. Aha. Leck mich doch. Okay, schnell. Was ist das? Oh, fick dich. iPad-Button. Ach, hier. Na toll. Scheiße. Ich habe die zwei auf dem Kühlschrank. Das ist alles. Wo kriege ich den Rest her? Soll ich mir die Zahlen ausdenken oder was? Da gab es irgendwo schon mal einen Hinweis da drauf. Zwei. Zwei. Alter. Null. Äh. Scheiße. Scheiße, ey. Zwei. Null zwei. Eins. Geht bestimmt nicht in die Freiheit hier. Valve oder Valve oder Valve-Handle. Okay. Okay. War ich hier? Leck mich fett. Ach, die Radioantenne. Es ist halt echt einfach nur ein Escape-Room, aber es ist total geil gemacht, finde ich. Äh. Äh. Washing-Machine-Machine-Tool. Fack. War aufhändel. Äh. Das hier schon wieder. Power-Distributor. Red-Cable. Okay. Was? Keep. Alter. Was ist los mit Ikea? Subject has reached primary checkpoint. Activate section 2. Gotcha. With a ton of head. Is hier noch ein Auge? Ne. Es ist doch dunkel einfach mal wieder. Die, while you still can. Stirb, solange du noch kannst. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ein Breaker. Fuel. Ja, okay. Das geht dann echt nur darum, dass man hin und her rennt. Und alles findet, was man braucht. Oh, ist das fies. Alter, 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 alter. It's here. It's here. Cool. Cool. Don't use the mainframe. Make it stop. Nutze nicht den mainframe. Mach, dass es aufhört. Mainframe processor unit. Danke. Oh. 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 Kinder, 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 Kinder. Ich bin dann fertig. Matsch da so. Clever, boah. Jetzt auch noch. Kinder. Nichts. Das ist so hungry. So hungry. Block battery. Oh. Scheiße. Oh, danke. Das ist aber nett. Die holen mich. Hilfe. Get it out of my head. Get it out. Hol's aus meinem Kopf, hol's raus. Oh. Oh, Mann. Jetzt ist das schon wieder, ey. Ich fahre einfach mal in Ruhe hier. Toll, die Skulptur ist weg. Was? 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 Oh, das ist ein Taschenle... Nein. Leber. Ebel. Das sieht total komisch aus. Ah. Oh nein. Das steigt, oder? Sch$%$%& Owner. Rob. Es istical. onte Rolls. Dem金? Sch$%& molds. Die K刷z $%& Oh nein. $$%&%$%&をAKE! $%&%&$%& leurs%&$%& $$&%& $$$.&$%& !$$%£&50T. Achso, ich dachte schon, warum passiert nix mehr? Ja, 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 deine Mutter Jetzt bin ich aber im Kreis gelaufen und jetzt? Oh, ich will nicht mehr, man, diese Jumpscares Die Jumpscares Was ist hier los? Robotic Eye. Was? Eins, zwei, drei. Eine Hand, wollte ich schon immer haben. Die End ist nah. Die End ist nah. Mochte ich denn eine Hand, bitte? Ach, der Handscanner. Jo, und jetzt? Aha. Ein Display. Ich bin so angespannt. Hier fehlt aber, was in deinem Kopf ist. Mainframe Processor Unit. Okay. Section 4 Event. Wie weit sind die Köpfe? Das steht ja, man soll es nicht machen. End Protokoll. Ja, bitte. Deactivate Environment. Protokoll 9 complete. All objectives cleared. Open evaluation chamber. Ach, dann. Subject X-2102 has entered the evaluation chamber. Proceed with protocol 9 evaluation. Calculate result of experiment cycle 13. Assessment. Subject has completed the route of test environment 1 without deviation. Analyze, examine properties of subject within human database 5. No extraordinary physical or psychic abilities have been observed. Confirm. Subject did not demonstrate desired response improvements to threat or fear stimuli. Competence remained regular throughout repetitive direct stress testing. Human modification type 743 failed to enhance subject performance. Agreed. Agreed. Evaluation complete. Prepare protocol 9 test facility for next sequence. Subject has fulfilled the purpose of its existence. Recommend disposal. Subject is suitable as a specimen for experimental neurocolony X-67P. Affirmative. Subject will be transferred to X-67P. Disconnect head of subject and prepare for transport. Alter. Subject was mentioned before. Das ist jetzt so ein Futurama-Ding, wenn wir jetzt aufgef***g haben, unser Kopf. Das war's. Ach du Scheiße. Okay, das war gut. War ein gutes, krasses Escape-Room-Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da. Würde mich sehr drüber freuen. Wir sind es, glaube ich, dann wieder zu was anderem. Außer es kommt jetzt noch was, aber ich denke mal es ist fertig. Ja. Tschüss.